Mikroorganismen besiedeln uns und bringen uns um. Und das muss verhindert werden, permanent verhindert werden. Unsere Immunabwehr ist organisiert auf mehreren Ebenen. Wir haben eine sehr unspezifische Immunabwehr. Das sind erstmal die normalen Barrieren. Zum Beispiel der Säureschutzmantel unserer Haut, die Magensäure. Das sind alles Abwehrbarrieren. Das sind mechanische bis physiologische unterstützende Maßnahmen des Körpers, um Eindringlinge fernzuhalten. Aber wir haben dann auch Abwehrsysteme in den Zellen. Und da gibt es wiederum verschiedene Ebenen. Jede Körperzelle hat ein eigenes Abwehrsystem. Das ist auch klar, denn in der Evolution war es ja so, dass selbst kleine und kurzlebige Tiere oder Pflanzen sofort besiedelt werden könnten. Und deswegen muss es auch sozusagen von allen Zellen, seit sie entstanden sind, auch Maßnahmen gegen invasive Strukturen wie solche Mikroorganismen geben. Also alle Körperzellen haben das. Aber dann haben wir auch spezielle Immunzellen. Gerade bei Säugetieren und bei Menschen haben wir ein Immunorgan, das sich nur um unsere Abwehr kümmert. Da wiederum unterscheiden wir zwischen dem sogenannten angeborenen Immunsystem, also Zellen, die aufgrund der Verschiedenartigkeit von insbesondere Oberflächenstrukturen, von Bakterien oder Pilzen, diese erkennen können und mit einer schnelle, also im Maßstab von Minuten und Stunden, Immunantwort auslösen können. Die ist auch essentiell bedeutsam, würde die ausfallen, wäre wenn nicht überlebensfähig. Das natürliche Immunsystem besteht wiederum aus drei Komponenten. Eine Komponente ist eine zelluläre Abwehr. Das heißt, es gibt Immunzellen, die patrouillieren im Körper von Insekten und versuchen, Pathogene zu lokalisieren und dann zu fressen. Ein Vorgang, der dazu führt, dass diese Mikroorganismen umfasst werden von den Immunzellen und dann letztlich verdaut werden. Die zweite Komponente besteht aus der Produktion von kleinen Proteinen, Peptiden. Das sind keine Antikörper, aber die haben eine ähnliche Funktion. Die setzen sich nämlich in die Zellwände der Bakterien und führen dazu, dass diese Zellwände zerstört werden. Und der dritte Arm des natürlichen Immunsystems besteht darin, Komponenten zu produzieren, die letztendlich chemische Reaktionen auslösen in den Pathogenen und dann dazu führen, dass die zerstört werden. Das angeborene Immunsystem aber wiederum mobilisiert ein weiteres Abwehrsystem, das sogenannte adaptive Immunsystem. Und dieses adaptive Immunsystem war interessanterweise jetzt in der Erforschung des Immunsystems. Das, was am Anfang sehr stark im Fokus war, deswegen verstehen wir fast am meisten darüber, nämlich die sehr spezifische Erkennung von Bestandteilen von Pathogenen und die wirklich komplette Eliminierung von Pathogenen. Mit dem adaptiven Immunsystem ist die Herstellung von Antikörpern verknüpft in B-Zellen und T-Zellen. Das ist vielen bekannt. Diese Antikörper werden benutzt, um Mikroorganismen, pathogene, krankmachende Mikroorganismen zu bekämpfen. Die Synthetische Zelle ist wichtig für die Vermittlung zwischen angeborenen und adaptiven Immunsystem. Die sendet sozusagen, indem sie ganz buchstäblich von einem Ort zum anderen wandert, Signale vom angeborenen, zum adaptiven Immunsystem, also praktisch vom Schlachtfeld des Infektionsherdes zum Lymphknoten. Und wir brauchen, um das adaptive Immunsystem zu stimulieren, unbedingt diese Zelle. Ohne die geht es nicht. Das heißt, wir haben also mehrere Schichten eines Immunsystems, die nacheinander evolviert sind, in der Evolution entstanden sind, die aber bei uns alle zusammenwirken. Der Aspekt der Wandlungsfähigkeit von Mikroorganismen, den nimmt das Immunsystem natürlich auf und passt sich daran an. Denn da spielt jetzt zum Beispiel dieses sogenannte adaptive Immunsystem eine ganz wichtige Rolle. Das ist hauptsächlich dafür da, mit diesem Umstand umzugehen. Denn nur das adaptive Immunsystem, also T- und B-Zellen, haben ein, wie wir das nennen, Gedächtnis. Das heißt, wenn die Immunantwort mal da war, gegen ein Virus, Influenza-Virus zum Beispiel, und das kommt noch mal wieder in der gleichen Form, unverändert zunächst mal, dann wird eine extrem schnelle, effektive Immunantwort dagegen ausgelöst, die wir dann gar nicht mehr spüren. Da gibt es keine Krankheitssymptome. Das hängt damit zusammen, dass genügend Zellen übrig sind, die sehr viel schneller mobilisiert werden können aus dieser ersten Immunantwort. Wenn das sich verändert hat, dann gibt es trotzdem im Immunsystem fast immer Zellen, T-Zellen und B-Zellen nämlich, die sehr unterschiedliche Spezifitäten haben für viralen oder bakteriellen Strukturen. Bloß im Gesamtpool, im gesamten Becken dieser Immunzellen, ist jede einzelne sehr selten. Die muss sich erst vermehren. Das passiert eben in den Lymphknoten. Und wenn die sich vermehrt hat, dann gibt es wieder ein Gedächtnis. Und das nächste Mal werden auch diese Eindringle, wenn sie nochmal kommen, besser bekämpft. Also wir können sehr wohl auf Wandel reagieren. Aber das macht uns dann erstmal wieder krank, weil die Anpassung daran etwas dauert. Aber das ist das adaptive Immunsystem, das macht es. Wenn wir das nicht hätten, könnten wir die Anpassung an Wandel nicht bewerkstelligen. Wenn sie anfangen an, können wir auch hier.